hallo ich sitze hier am rande vom supramonte gebirge auf sardinien wir sind gerade hier eine schöne runde gelaufen und da wir heute morgen den einstieg auf den trail ein bisschen verpasst haben und den ersten kilometer da unten schotterstraße gelaufen sind laufe ich das gerade noch mal und weil es so schön wurde zwischendurch habe ich dann doch spontan angefangen zu filmen so dass was ihr jetzt seht quasi schon nach der tour ist von daher kann ich schon mal sagen genau wir sind in monti gestartet da konnte man super mit dem bus übernachten wollten dann eigentlich auf den san giovanni hoch ist so ein tafelberg der ist aber leider gesperrt so dass wir auf den nachbarberg sind das ist der fu mai ist auch super hat man eigentlich dieselbe aussicht auch super schön genau ich nehme euch hier noch ein stückchen mit bis zu dem start wo ich dann heute morgen angefangen habe zu filmen und ja war eine super tour recht easy so in drei stunden ist was man da eigentlich rum macht total bock gibt ein paar mal wasser am weg ist eine echt neise geschichte so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020